Dass Steve Jobs hinter dem iPhone steckt oder Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, wisst ihr sicherlich. Tatsächlich gibt es aber auch eine Menge weltbekannter Dinge, hinter denen sich völlig unbekannte Menschen verbergen. Dabei geht es nicht nur um Erfindungen, sondern auch um Fantasiefiguren, die auf echten Menschen basieren. Oder Sprecher, deren Stimme die ganze Welt kennt. Daher legen wir direkt los und starten mit diesem Mann aus Deutschland. Ohne den vieles, was für uns heute selbstverständlich ist, gar nicht möglich wäre. Er wurde 1910 in Berlin geboren und machte 1941 im Alter von 31 Jahren eine Erfindung, die die Welt verändern sollte. Vielleicht ahnt ihr schon, um was es sich handeln könnte, wenn ihr dieses Bild seht. Was ihr hier sehen könnt, ist nämlich der Zuse Z3. Und der Mann auf dem Bild ist dessen Erfinder Konrad Zuse. Der Zuse Z3 war tatsächlich der erste funktionsfähige Computer der Welt überhaupt. Er konnte nicht nur Rechenaufgaben lösen, sondern beispielsweise auch Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Menschen berechnen und mehrere Prozesse gleichzeitig durchführen. Auch wenn die Funktionen des mehr als eine Tonne schweren Computers heute von jedem Smartphone locker geschlagen werden, war er damals eine echte Revolution. Konrad Zuse entwickelte seinen Computer im Laufe der Jahre immer weiter und baute neue Modelle, die immer mehr konnten. Auch wenn amerikanische Firmen und Unternehmer wie Bill Gates den Computer erst zu einem Gerät machten, das für Millionen Menschen nützlich wurde, war es Zuse, der als Pionier dafür den Grundstein legte. Nur mal aus Interesse, lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr Konrad Zuse vor diesem Video überhaupt kanntet. Wir machen weiter mit diesem Schweden, den ihr vermutlich weder am Aussehen erkennt, noch an seinem Namen. Max Martin ist 52 Jahre alt und Musiker. Aber nicht irgendein Musiker. Er ist ohne zu übertreiben der wohl bedeutendste Musiker des 21. Jahrhunderts, aber auf eine sehr ungewöhnliche Weise. Max Martin ist nämlich Musikproduzent und Songwriter, der selber keine Lieder singt oder veröffentlicht, aber viele Songs für andere weltberühmte Musiker komponiert. Falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, möchten wir euch nun einfach mal ein paar Bands und Künstler präsentieren, hinter deren Erfolg eigentlich der unbekannte Schwede steckt. Fangen wir mit den 90er Jahren an. Hier war Max Martin unter anderem für Quit Playing Games With My Heart und Everybody von den Backstreet Boys oder auch für Britney Spears Welthits Baby One More Time oder Oops I Did It Again verantwortlich. In den 2000ern schrieb und produzierte er die Erfolgsalben von Stars wie Pink, Bon Jovi, James Blunt oder Avril Lavigne. Und in den 2010ern sind auch fast alle Chart-Hits eigentlich von ihm. So hat er die Songs Raw von Katy Perry, Blank Space und Shake It Off von Taylor Swift oder Blinding Lights von The Weekend weitestgehend alleine entwickelt. Weltweit wurden seine Songs über 100 Milliarden Mal gestreamt. Und falls ihr jetzt denkt, Max Martin ist finanziell dabei schlechter weggekommen als die Musiker, die seine Musik sangen, das ist auch nicht ganz wahr. Max Martins Vermögen wird nämlich auf fast eine halbe Milliarde Dollar geschätzt. Kommen wir nun zu diesem Mann, den ihr schon auf dem Thumbnail gesehen habt. Auch wenn das Bild auf den ersten Blick gephotoshoppt aussehen mag, ist es das tatsächlich nicht. Maurice Tillet, dessen Aussehen als Vorbild für die Figur Shrek aus dem gleichnamigen Film diente, lebte nämlich wirklich. Und die Ähnlichkeit mit dem weltberühmten Ogre ist mehr als offensichtlich. Auch wenn der echte Shrek heute völlig unbekannt ist, war er in den 1940er Jahren tatsächlich selbst mal berühmt. Der 1901 geborene Franzose war damals nämlich ein populärer Wrestler, der unter dem Namen der Französische Engel im Ring antrat und mehrere Schwergewichtstitel holte. Er wurde nur 50 Jahre alt und obwohl Maurice Tillet in seinem Leben große Erfolge im Wrestling feiern konnte, war das Schicksal des echten Shreks dennoch traurig. Tatsächlich wollte er nämlich ursprünglich einmal Anwalt werden. Als sein bis dahin normaler Körper sich durch eine Krankheit ab Maurice's 20. Lebensjahr jedoch immer mehr veränderte, war daran nicht mehr zu denken. Sein Kopf sowie seine Hände und Füße schwollen durch einen Überschuss an Wachstumshormonen auf unnatürliche Größe an. Seine Stimme wurde sehr tief und schon bald wirkte Maurice's Aussehen so abschreckend auf seine Mitmenschen, dass sie ihm aus dem Weg gingen. Maurice machte aber das Beste aus seiner Situation und mimte für den Rest seines Lebens den Bösewicht im Wrestling-Ring. Weiter geht's mit einer Figur, die ihr alle kennt. Richtig, das ist der Kernel vom KFC-Logo. Aber auch wenn der Kernel unter Fast-Food-Liebhabern so bekannt ist wie Ronald McDonald, so gibt es doch einen großen Unterschied zwischen den beiden Maskottchen. Denn den Kernel gab es tatsächlich. Er hieß Harland D. Sanders und wurde 1890 im US-Bundesstaat Indiana geboren. Bis er etwa 40 Jahre alt war, schlug sich der Amerikaner mit den verschiedensten Jobs durchs Leben und arbeitete unter anderem als Versicherungsvertreter oder als Eisenbahnheizer. Als er 1930 in einer Tankstelle in Kentucky arbeitete, fing er jedoch nebenbei damit an, den Kunden auch Hühnchen nach eigenem Rezept zu servieren. Und diese Hühnchen kamen bei den Leuten dann schnell so gut an, dass Harland D. Sanders und sein Kentucky Fried Chicken zu einer echten Berühmtheit in dem Bundesstaat wurden. Als ihm der Gouverneur dann fünf Jahre später den Ehrentitel Colonel of Kentucky verlieh, wurde der Colonel geboren, wie wir ihn heute noch kennen. Ab diesem Zeitpunkt nannte sich der Amerikaner nur noch Colonel Sanders und trug ausschließlich weiße Leinenkleidung. Obwohl Sanders KFC später verkaufte, blieb er dem Unternehmen noch jahrelang als Sprecher treu und trat als Colonel Sanders auf unzulegen Veranstaltungen auf. Weil dem exzentrischen Colonel der gute Geschmack seiner Hühnchen wichtiger war als Geld, legte er sich später sogar mit KFC an und warnte die Kunden öffentlich, wenn er einmal mit der Qualität nicht zufrieden war. Noch heute verwendet KFC übrigens das Original-Hühnchen-Rezept des Colonels aus den 30er Jahren. Vom Colonel kommen wir nun wieder zu einem Mann, der euch vermutlich weder vom Aussehen noch vom Namen her etwas sagt. Und zwar zu Tim Berners-Lee. Dabei steckte der Physiker und Informatiker hinter einer der wohl bedeutendsten Erfindungen der Neuzeit. Und zwar dem Internet. Tatsächlich beschäftigte sich der 1955 geborene Engländer schon seit seiner Jugend gerne mit Computern. Und als er in den 1980ern im Forschungszentrum CERN in der Schweiz arbeitete, fiel ihm ein großes Problem auf. Die verschiedenen Forschungseinrichtungen nutzten damals nämlich unterschiedliche Netzwerktechniken. Und so war es für die Wissenschaftler schwer, aktuelle Informationen zwischen ihren Netzwerken auszutauschen. Um dieses Problem zu lösen, entwickelte Tim Berners-Lee die HTML-Strukturierung, das Übertragungsprotokoll HTTP, einen Browser und URLs als Adressen für Webseiten. Also alles, was es braucht, um Inhalte eines Netzwerks von überall aus verfügbar zu machen. Oder, kurz gesagt, das Internet. 1992 stellte der Informatiker mit info.cern.ch dann auch die erste Website der Welt online. Auf ihr wurde erklärt, was das Internet ist und wie man es benutzt. Weil Tim Berners-Lee seine Erfindungen nicht patentieren ließ, sondern sie von allen genutzt werden durfte, wuchs das World Wide Web rasant an. Kommen wir nun zu diesem jungen Mann, der etwas erreicht hat, von dem viele andere Jugendliche in Deutschland vermutlich nur träumen. Der deutsche Kevin David Lehmann ist nämlich über Nacht zum jüngsten Milliardär der Welt geworden. Kevin hat zwar nichts erfunden oder gegründet, dennoch steht hinter ihm ein riesiger Konzern. Kevin David Lehmann erbte im Jahr 2021 im Alter von nur 18 Jahren die Drogeriekette DM und wurde somit neben Kylie Jenner zum jüngsten Milliardär der Welt. Der heute 20-Jährige, dem nun ein Großteil des unglaublichen Drogerieimperiums mit fast 4000 Filialen in Europa und mehr als 60.000 Angestellten gehört, soll nach verschiedenen Schätzungen über ein Vermögen zwischen 2,4 und 3,4 Milliarden Euro verfügen. Der junge Milliardär postet allerdings nicht mit Ferraris oder Luxusvillen auf Instagram, sondern hält sich stattdessen komplett aus der Öffentlichkeit fern. Und außer ein paar Schnappschüssen im Netz gibt es keinerlei Infos über ihn. Selbst die meisten DM-Mitarbeiter würden ihn nicht einmal erkennen. Weiter geht's mit einer der wohl berühmtesten Stimmen der Welt, nämlich dieser hier. Die Sprachassistentin Siri erklingt tagtäglich auf Milliarden von Apple-Geräten weltweit und hilft Nutzern oft im Alltag weiter. Aber wusstet ihr schon, dass die Stimme von Siri nicht einfach am Computer generiert wurde, sondern sie tatsächlich einer echten Person gehört? Und zwar Susan Bennett aus den USA. Susan macht die Stimmaufnahmen für Apple bereits im Jahr 2005. Und zu diesem Zeitpunkt war ihr überhaupt nicht klar, dass sie später einmal als Siri zu Nutzern aus der ganzen Welt sprechen wird. Erst als Apple den Sprachassistenten sechs Jahre später veröffentlichte, machte ein Freund Susan darauf aufmerksam, dass sein Smartphone plötzlich ihre Stimme hat. Susan Bennett findet es bis heute tatsächlich noch etwas unheimlich, dass sie ihre eigene Stimme nun ständig in der Öffentlichkeit auf den Geräten von Fremden hört. Der letzte unbekannte Mensch hinter einer weltberühmten Sache auf unserer Liste ist der deutsche Günther Kupetz. Auch wenn ihr ihn vielleicht noch nie gesehen oder seinen Namen gehört habt, können wir fast zu 100% garantieren, dass ihr seine Erfindung schon einmal in der Hand gehabt habt. Der Industriedesigner Günther Kupetz hat nämlich einen Alltagsgegenstand entwickelt, der alleine in Deutschland schon mehrere Milliarden Mal verkauft wurde. Nämlich die sogenannte Normbrunnenflasche. Die Normbrunnenflasche ist die typische 0,7 Liter Glasflasche mit Noppen an der Seite, die meist für Mineralwasser oder Limonade verwendet wird. Günther Kupetz hat sie im Jahr 1968 entworfen. Und auch wenn das Design simpel wirken mag, löste er mit der Normbrunnenflasche gleich mehrere Probleme. Einerseits schuf er eine Standardflasche, die bei jedem Hersteller zurückgegeben und einfach maschinell wiederbefüllt werden kann. Andererseits ist sie durch ihre Form und die Noppen besonders stabil und lässt sich gut greifen. Die Größe von 0,7 Litern sorgt dafür, dass der kohlensäurehaltige Inhalt auch zum Schluss nicht abgestanden schmeckt. Und der Schraubverschluss macht sie komfortabler als Wasserflaschen mit anderen Verschlüssen, die es vorher gab. Obwohl die Normbrunnenflasche mittlerweile so oft verkauft wurde, dass alle Exemplare aufeinander gestapelt weiter als bis zum Mond reichen würden, hatte der Erfinder von seinem Design finanziell übrigens nichts. Er arbeitete später als Professor für Produktdesign und verstarb 2018 schließlich im Alter von 92 Jahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, seht euch unbedingt auch unser Video über die außergewöhnlichsten Materialien der Welt an. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!